Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe heute eine ganz ganz tolle Palettenreview für euch und zwar zu einer etwas anderen Marke, die ich jetzt noch gar nicht kannte. Diese stammt aus den UK und ich habe hier die Be Perfect Carnival Palette von Stacey Marie. Stacey Marie ist eine Instagram Schönheit, die wirklich ganz ganz tolle Looks selber kreiert. Ich habe von ihr noch nie irgendwas gehört. Bis die Lisa Isabel, den Instagram Post müsst ihr euch mal reinziehen. Sie macht die so krassesten, so verrücktesten Instagram Bilder, die ich je in meinem Leben je gesehen habe. Das hier ist noch Kindergarten gegen das, was die Isabel drauf hat. Also wenn ihr denkt, ich bin schon richtig gut unterwegs, dann wartet, bis ihr Isabel Account findet. Geht da sehr gerne vorbei. Lasst einen Gruß von mir dort und ich würde euch sehr gerne diese Palette vorstellen. Die Stacey Marie Palette. Sie ist eine Make-up Artist, die praktisch die Möglichkeit hatte, mit Be Perfect Cosmetics eine Palette rauszubringen. Und zwar, sie hat auf dem Instagram Account, den ich natürlich nur durch die Isabel gesehen hatte, habe ich gesehen, dass sie sehr 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 schöne Looks macht. Und man hat erst mal gar nicht gewusst, was ist das bitte? Was hat die da für eine Palette rausgebracht? Und die Isabel und ich beschreiben halt regelmäßig, hi Schatz, du bist schuld, dass das jetzt meine ist. Und ich habe jetzt für diese Palette, ich glaube um die 51 Euro bezahlt, weil ich glaube, die hat gekostet 42, 43 Pfund. Und dann habt ihr noch 7,99 Pfund, glaube ich, Versand bezahlt. Sie kam sehr sicher an in einem Karton, also mit so einem Bubble Paper drumherum. Und das ist praktisch eine Palette mit 5, mit 20, nee, stimmt gar nicht. Mit 24 Eyeshadows und zwei Highlightern, die wirklich sehr gut aussehen. Der ist ein bisschen subtle, aber ich glaube, wenn ihr den ein bisschen anfeuchtet, kommt ein bisschen raus. Ich würde euch sehr sehr gerne ein paar Swatches zeigen von dieser Palette und euch mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob euch solche Looks gefallen würden. Also das sieht ja sehr sehr arg aus. Ich habe auch die krassesten Iconic Lashes rausgeholt, die sind übrigens vom Primark. Und das sind die schönsten Lashes, die ich besitze. Und die haben die Schweine aus dem Sortiment genommen. Das ist jedes Mal dasselbe, wenn ich Lashes bei Primark sehr geil finde, sind die meistens super schnell ausverkauft. Shame on you. Und ich würde euch sehr sehr gerne ein bisschen über diese Palette erzählen. Und wie gesagt, hier steht drauf Also Be Perfect Cosmetics ist praktisch eine Seite. Da war praktisch das Shipping, das hat knapp eine Woche gedauert. Das ging ruckzuck, da ist selbst Colourpop echt langsamer. Und die ist praktisch mit so einer Palette rausgekommen. Ähm, ich würde sagen, das ist eines von diesen Paletten. Und ich finde die ultra groß. Also die ist wirklich mega groß. Die ist fast so breit wie die Blood Sugar Palette von Jeffree Star. Ist aber nur sehr viel colorfuller. Ähm, es sind, äh, das ist alles matt. Das ist ein Duochrome. Ähm, das ist praktisch das, was ich jetzt im Inner Corner trage. Das ist dieses, das ist so ein Pink Shift, äh, Shift Lidschatten. Was ich schon festgestellt habe, ich glaube, ihr könnt das auch sehen, dass sie relativ putrig sind. Also sie sind sehr putrig, weshalb ich zum Beispiel beim Anfang meines Make-ups, äh, nur mit der Augenbase angefangen habe. Ich habe praktisch die Augenbrauen gemacht und praktisch meinen Eye Primer auf, äh, praktisch meinen Concealer aufgesettet, es gesettet und dann praktisch angefangen mit Farbe. Weil ich bin mir nicht immer sicher bei neuen Paletten, ob diese, ähm, Lidschatten halt arg creasen. Und, ähm, ich zeige euch jetzt mal ein paar Shades, ähm, auf meinem Finger, die ich so krass finde. Und zwar haben wir hier einmal ein wunderschönes, ich zeige euch das, wunderschönes Senfgelb, was ich so unique finde. Ich habe ganz, ganz selten irgendein geiles Senfgelb gefunden. In der Thirsty Palette, die ich allerdings sehr, sehr enttäuschend fand, waren welche dabei. Sowas ähnlich Gelbes, die hat mir aber gar nicht gefallen. Ja, dann haben wir hier die Farbe Wasted. Das ist so ein ganz tolles, dunkles Lila. Ähm, ihr könnt auf dem Pen erkennen, dass wenn ihr halt natürlich reingeht, dass der Fallout ist. Äh, Fallout ist aber kein Qualitätsmerkmal für schlechte Lidschatten. Eigentlich ist es das, dass es halt so locker gepresst ist, dass ihr noch die Möglichkeit, Pigmente auf eurem Pinsel zu bekommen. Wie das natürlich dann später aussieht, weiß man nicht. Dann haben wir hier zum Beispiel noch ein Grün. Dann haben wir hier noch das Orange und ein... Also, die Farben sind so krass. Ähm, ich habe jetzt mal versucht, auch ein bisschen zu schauen, ähm, wie im Gegensatz zu zum Beispiel der Festivalpalette von BH Cosmetics. Also, so stark pigmentiert ist die BH Cosmetics Palette nicht. Also, auch von der Farbgebung her wird es sehr, sehr schwierig, da ranzukommen. Ähm, ich finde für 5 Euro... Also, für 50 Euro. Sie geht schon in den High-End-Bereich. Aber muss halt sagen, ihr habt da wirklich Alltagsfarben. Ihr habt auch geile Schimmertöne, Leute. Ich zeige euch die mal. Also, die sind out of this world. Ich habe sowas noch nie gesehen bei einer Palette, die, sage ich mal, im normalen Spielraum von Urban Decay und so preislich liegt. Also, richtig, richtig geil. BH Cosmetics hat schon... Also, ich vergleiche die damit, weil ich halt die Colorful-Sachen halt meistens von BH Cosmetics beziehe. Also, habe ich ehrlich gesagt von der Farbgebung nicht gesehen. Ähm, sehr, sehr unique sind praktisch diese drei. Was ich auch sehr, sehr geil finde, ist diese Farbe. Also, dieses Blau, Leute. Ähm, ist, ähm, kann ich euch auch ein ähnliches Blau zeigen. Und zwar aus der Life is a Drag Palette. Und zwar in einem anderen Farbstich. Seht ihr das? Ich glaube, diese beiden Kombinationen wären absolutes Life Golds. Ähm, ihr könnt halt auch sehen, äh, auf meiner Handfläche, wie krass die pigmentiert sind. Ich bin auch nur ganz wenig in die Palette reingegangen. Ähm, muss halt sagen, ich hätte nie im Leben... Also, ich hätte wahrscheinlich mal irgendwann über Instagram darüber gelesen, aber nicht arg viel praktisch, ähm, dem, ich sag mal so, äh, Begeisterung gezeigt. Ähm, ich fand es jetzt mal ganz cool, dass die Isabelle mir eine Marke genannt hat, die ich jetzt noch gar nicht kannte. Und muss euch ehrlich sagen, ich bin von der Pigmentierung her so begeistert von der Palette. Sie ist relativ groß. Ich finde sie aber sehr gut also verarbeitet. Also, sie hat auch einen sehr eingelassenen Spiegel. Das heißt, es ist jetzt kein Spiegel, der jetzt einfach aufgeklebt ist oder so. Ähm, ich finde das Packaging... Ich finde es jetzt nicht so schön. Also, mich erinnert es deswegen. Ich glaube sehr an BH Cosmetics, weil es halt dieses harte Karton ist. Ähm, ich mag halt einfach, wenn das... Also, das ist nicht dasselbe Karton wie zum Beispiel die Life is a Drag Palette. Die ist halt wirklich nochmal sehr viel fester und dicker. Die Pigmentierung von dieser Palette ist unnormal. Also, wenn ihr seht, in den matten Lidschatten habt ihr natürlich... Ich kann euch auch mal die zwei Highlighter swatchen auf den Fingern. Ähm, sind jetzt anständige Highlighter, aber nicht die besten, die ich je gesehen habe. Ähm, ist aber auch wirklich eine Palette, die ich glaube ich, ähm, eher in so eine künstlerische Richtung geht. Zum Beispiel jetzt, also wenn ihr jetzt sowas zum Beispiel gerne mögt oder so, ähm, ist das glaube ich die Palette überhaupt. Was mir da irgendwie ein bisschen fehlt, ist ein einziges knalliges Rot. Nicht in dieses Orange-Rot, ähm, sondern eher in so ein richtiges feuriges Rot. Also, das wäre jetzt noch der Hammer gewesen. Dann wäre die Palette eigentlich so wie sie ist, absolut perfekt. Diese Mustard Shade, also diese Senffarbe, finde ich, also fast von allen, ich liebe die. Ähm, ich finde das Krümeln der Pigmentierung oder beziehungsweise der Lidschatten jetzt nicht so schlimm. Ähm, dafür sind halt die, die Lidschatten dementsprechend auch pigmentiert. Leute, das ist so krass. Also, ähm, ich kann, also wenn ich jetzt praktisch die Festival-Palette daneben lege, dann habe ich jetzt ähnliche Pigmentierung, nur dass bei der BH Cosmetics Palette sehr viel krümeliger ist, ähm, was die, ähm, metallischen Shadows angeht. Ich kann diese absolut empfehlen. Schaut mal, wie cool der Look rausgekommen ist. Es ist wirklich, okay, jetzt natürlich sehr, sehr viel Look. Das ist natürlich klar. Aber ich finde die wirklich sehr, sehr schön. Ähm, ich, äh, habe jetzt einen Lidstrich gezogen, schöne Lashes drauf. Und, ähm, ich komme auch praktisch mit solchen Paletten total in Versuchung. Mega Looks. Was jetzt auch geil gewesen wäre, wäre so ein Limonengrün oder ein Grasgrün gewesen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, die ist die Palette wunderschön. Ähm, sie ist zwar nicht, äh, eines der günstigsten, die ich euch je vorgestellt habe, aber wirklich eines der besten, die ich habe. Ähm, ich finde die Blood Sugar Palette und die Luna Beauty und die Juvia's Place vergleichbar. Ähm, Juvia's Place ist halt für mich der Master der metallischen Eyeshadows. Aber die kommen schon verdammt nah dran. Ihr bekommt wirklich, wenn ihr jetzt sonst wirklich, also ich habe zum Beispiel hier in der Lower Lashline, habe ich zum Beispiel das Blau eingearbeitet, dann leicht Pink drunter. Ähm, ich konnte praktisch Looks kreieren, die ich sonst nicht mal im Traum dran gedacht hätte, dass ich sowas machen könnte. Und, ähm, ich denke, dass sich diese Palette definitiv für euch lohnen würde. Ich hoffe, dass diese mini, mini kleine, schnelle Review für euch, äh, Sinn gemacht hat. Ähm, ich habe relativ lang für diesen Look gebraucht, etwa eine halbe Stunde. Ich wollte euch jetzt nicht langweilen oder so. Ähm, ich kann euch sehr gerne hier und da mal noch ein Bild, also folgt mir gerne auf Instagram unter JennyBildartsYouTube. Da könnt ihr praktisch auch die Videos und die Bilder dazu sehen, was für Looks ich da gemacht habe. Ich zeige euch das nochmal im Close-Up. Ich habe hier noch einen Glitterliner gezogen und zwar von Makeup Revolution gibt es gerade so Gelglitter oder sowas. Und habe die jetzt mal getestet. Die sind übrigens ziemlich cool. Und ich hoffe, diese Review hat euch wahnsinnig Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ähm, es ist einfach für mich leichter, euch die Palette zu zeigen mit einem fertigen Look. Weil ich einfach so euch demonstrierterweise zeigen kann, wie diese auf dem Auge auch aussehen. Weil oft ist es so, wenn ich mich halt schminke und euch die Palette gleichzeitig vorstelle, dass das ehrlich gesagt eher in die Hose geht. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare mal reinschreibt, ob ihr noch weitere Looks davon haben möchtet. Zum Beispiel auch mal ein Alltagslook oder so. Das würde ich sehr, sehr gerne für euch machen. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich nicht der Lash-Typ. Also, aber heute musste ich auf diese auf jeden Fall Lashes draufziehen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, meine Lieben. Lasst dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert sehr gerne meinen Kanal. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald, bald wieder. Bis zum nächsten Mal.